Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Happy Wheels und ich würde einfach mal spontan sagen, wir starten gleich mit dem ersten Level und wir starten vielleicht lieber mit dem zweiten Level, denn auf Hard Donation habe ich nicht unbedingt so Lust, obwohl auf Ball Throw, das machen wir, wir gucken mal später, also am Anfang habe ich lieber irgendwas anderes als ein Ball Throw, Free Fall Extreme, das hört sich gut an, try to pass every area within 10 seconds, das können wir ja zumindest probieren, obwohl 10 Sekunden, das ist sehr, sehr, ein sehr hochgestecktes Ziel, ich versuche lieber hier nicht zu sterben, na komm schon, okay, perfekt, wir sind bei normal, easy, okay, jetzt sind wir schon gut, komm schon, ja, das ist doch einfach, impressive, das gibt's doch nicht, wieso hängen wir hier fest, wir müssen uns ja gut festhalten, hm, nee, das gibt's doch nicht, wie hier, okay, kein Problem, kein Problem jetzt, und das Status ist ja alles relativ einfach, wir haben uns auch noch nichts gebrochen oder so, okay, ich sollte das, mein Glück jetzt hier auch nicht herausfordern, denn irgendwie immer, wenn ich das sage, dann passiert irgendwas komplett, Ketter, Strovalis, oh, oh Gott, da haben wir schon mal unseren Helm verloren, High Skill, hm, okay, das ist genau das Richtige für mich, High Skill, ja, ja, komm schon, jawohl, hm, kein Problem, kein Problem, komm schon, nein, falsche Richtung, nicht, nicht waagerecht, sondern senkrecht, wow, oh, snap, nein, okay, wow, das war gerade knapp, alter Schwede, Godlike, okay, wir müssen hier irgendwie, jawohl, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, nein, komm schon, ja, nein, da runter, nein, 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 Gott, ey, ich möchte das jetzt nicht normal machen, wir machen mal weiter, denn, das hat ja fünf Stunden gedauert, bis man da unten überhaupt war, völlig korrupt, aber wir haben ja noch, wir haben noch genügend Level hier zur Auswahl, deshalb, Final Destination 2, the death are back, Final Destination 3 is coming soon, ich bin mal gespannt, ach, da kann man die ganzen Tode aus der Serie sich nochmal angucken, das werde ich einfach mal nicht machen, wir fahren einfach mal, Moment mal, am Ende, komm schon, Enjoy, victory, Egal, den zähl ich mit zu einem normalen geschafften Level, und das ist auch der erste Victory des Tages, traurig genug, Balls, lol, Watch out on level 5, ach, schon wieder so ein Ding, ok, vielleicht kriegen wir das dieses Mal ja hin, so, komm schon, da, 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 aber das gibt es auch nicht, die Musik bringt uns Unglück, genauso, schön an der Seite längs, Komm schon, gib dir Mühe, gib dir Mühe, kommen wir da durch, ne warte mal, wir halten uns mal hier fest und dann, hisst, ah jawoll, alles sieht alles topper aus, sieht alles topper aus, sieht auch nicht ganz so spektakulär, ja, ich hasse das, ich muss sagen, das sind so die, wenn ich hier so feststecke, dann macht mich das schon ein bisschen, ein bisschen wütend, nein, ich muss jetzt trotzdem hier irgendwie durchkommen, oh da unten ist das Ziel, Wow, komm schon, jetzt brech dir bitte nichts mehr, komm schon, beziehungsweise versuchen wir jetzt hier irgendwie durchzukommen, das gibt's doch nicht, ich komme hier nicht durch, oh nein, Moment, irgendwie hier festhalten, ah jawoll, Kollege, bitte, ey, das gibt's doch nicht, Moment, ich weiß hier aber auch nicht, was ich genau drücken muss, damit ich hier, Oh nee, komm schon, jawoll, nein, ich nehm's Ziel, Moment, alles noch im grünen Bereich, genau, müssen wir unsere Arme jetzt so ein bisschen, jawoll, wir waren da schon, jawoll, Victory, und davon haben wir nur knapp anderthalb Minuten gebraucht, Raid 5, ich glaube, das ist wieder so ein blödes Level, ich probiere es zumindest mal aus, genau, jawoll, das überspringen wir ganz schnell, This is Sparta, das hört sich gut an, 3rd Level, don't be haten, okay, this is Sparta, und jetzt muss ich wahrscheinlich Z drücken, und kick ihn da runter, So, ja, aber normalerweise fällt man noch nicht selber mit, jetzt noch, What? Warte mal, kann ich denn, warte mal, und jetzt irgendwie, dass ich, Na toll, Ich weiß aber auch nicht, ob der unten nennt, nein, ist wieder auf die, Cookie? Oh, komm schon, na, das kann man doch gar nicht schaffen, und vor allen Dingen, falle ich hier immer gleich wieder, auf die, Okay, nochmal, so, Bro, Bro, genau, das ist jetzt mal die richtige Richtung, Aber, hier ist auch kein Victory, Warte mal, muss ich irgendwas anderes, warte mal, ich kann noch, Nein, Ich verstehe den Sinn dieses Levels nicht, Ihn einfach nur da runterkicken, wo ist denn ein Victory, oh yeah, das wird ein Body Slam, Oh yeah, Wir sind schon wieder tot, und kein Victory für uns, damn it, Egal, weiter, Kill him, Das hört sich doch noch besser an, You can't kill me, Bist du dir da sicher, bist du dir da sicher, Oh, verdammt, Bist du dir da, Ja, Äh, also er ist zumindest tot, ich meine, die sind auch tot, aber, Okay, auf ein Neues, Es ist egal, nein, 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 ja, Ja, warte, er ist tot, und wir leben, oh yeah, Victory, Victor, Weiter geht's, So, Bottle Run. Hatten wir auch lange nicht mehr. Könnten wir ja mal wieder machen, obwohl das ja eigentlich jetzt nicht so schwer sein sollte. Ja, mit der... What the? Wie soll ich das denn schaffen, ohne... Oh, na verdammt. Okay, Moment. Ja, 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 oh yeah. Victory. So, was haben wir denn noch so schönes? Halo oder Call of Duty? Das wird sicherlich nur so ein Ding sein. The Sniper Squad. It's hard to make it. The shotgun take a lot of time, but I think is really good. Okay. Okay, los geht's. Okay, okay. Okay, fahr, 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 fahr. Ich hab auch keine Zeit hier wirklich irgendwas zu... Nein, davon ist das zu geil, ihr Bude. Damn you. Okay, warte, ganz schnell. Das ist auf jeden Fall machbar. Wir müssen einfach wieder unseren... Oh, snap. Na, na, what? Jetzt aber. Komm schon, komm schon. Fahr, 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 fahr. Das letzte Mal hat es auch wunderbar funktioniert. Und wir müssen einfach gleich Glück haben. Nein, wir hängen fest. Sohn. Du. Ich glaube, wir... Na. Also. Okay, nochmal. So, los geht's. Ganz viel Tempo mit ganz viel Tempo. Weil das letzte Mal hat uns, glaube ich, unser... Na. Wo? Oh, nein. Komm schon. Diesmal aber. Warte mal, wenn ich mich ein bisschen nach vorne beuge... Komm schon. Jetzt die... Oh, 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 snap. Komm schon. Wir leben noch. Wir müssen hier nur rüber. Komm schon. Komm schon. Warte mal. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, fahr. Okay, wir dürfen uns nicht bewegen. Warte mal. Hier rüber. Wir müssen auch hier nur... Warte mal, ich halte mich einfach an der Pune fest. Komm schon. Jetzt. Jawohl. Und los. Los geht's. Den, 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 den. Den, den, den. It's the eye of the tiger. Los geht's. Nein, jetzt haben wir uns gedreht. Das ist... Los, komm schon. So nah dran am Victory. Los geht's. Oh. Tau. Ja. Jawohl. Bitte. 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 Jawohl. Und da hat gerade meine Arm geknackt. Ich habe auch immer noch ein Schmerzen von blöden Tennis spielen. Ich weiß nicht, ob ich mir da irgendwie die Bänder gezerrt habe oder so. Also hier sind die auch Seen und so ein Quatsch drin. Aber der Muskelkater überall anders ist weggegangen. Bloß nicht im Arm. Komisch, komisch, komisch. Disco Spin Party. It's good and you will get a few laughs out of it. Enjoy. Okay. Wir sind in der Disco. Und jetzt? Oh, Moment. Ich muss mich hier wahrscheinlich fest... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Tod. Gut. Ich muss mich hier einfach nur am Boden festhalten. Und dann hoffe ich einfach mal, dass hier gleich irgendwas total Verrücktes passiert. Bis dato ist, glaube ich, noch nichts Aufregendes passiert, oder? Wir fahren einfach nur. Und wahrscheinlich irgendwann reißen uns die Hände ab und wir fliegen weg. Ja. Das ist genau das, was hier gerade passiert. Und das ist so sinnlos. Ich meine, gibt es hier überhaupt ein Ziel? Warte mal, ich springe jetzt einfach ab. Hier passiert die Hände sowieso gleich die Arme ab. Oh. Oh, Moment. Hier ist eine Begrenzung. Und jetzt? Äh. Ach, das Level ist wirklich mal irgendwie uncool. Happy Wheels Future. Raid 5, so everyone can see. The future of Happy Wheels. The future of Happy Wheels. Happy Wheels is getting older and changing stupid and useless. Levels like these are ruining the game. Help, stop them. Kitsch, calm here. Enter the Box. Oh ja, das ist auf jeden Fall wieder was für mich. Okay. Ah, Mist, die Arme sind, oder? Das nenne ich mal Körperspannung da gerade. Okay, das sieht gut aus. Komm schon. Nein, wir müssen irgendwie die Beine anziehen. Komm schon. Eins. Zwei. Drei. Oh, eins. Nein, das war doch fast. Warte, das müssen wir aber schaffen. Warte mal jetzt. Komm schon, das kannst du doch sonst immer. Heb das Bein richtig hoch. Das gibt's doch nicht. Jawohl. Victory. Weiter geht's mit PewDiePie Pogo. Oh, nee. Can you win best level name ever? Warte mal, wir suchen mal nach lustigen Levels, die sich zumindest so. The Zombies. You heard a strange noise last night, when you tried. Na, na, na. Werden hier wahrscheinlich gleich ein paar Zombies. Das sieht gut aus, das Level. Das soll scheinbar ein Ding sein. Und, oh, hier sind die Zombies. Oh, snap. What the? Wie hat er uns denn den Arm abgeschlagen? Irgendwie hängt unser Arm aus so ein bisschen rum hier. Okay. Niemals! Oh, yeah. So, geht's dir gut? Oh, ja. Nein! Oh, don't! Nein, das wollte ich jetzt aber wirklich nicht. Ja, tut mir leid, Sohn. Ich muss jetzt trotzdem mal über diesen Typen rüberkommen. Jawohl! So, los geht's. Oh, passiert gar nichts. Zombies. Und ich will unbedingt gleich nochmal... Ah, geh weg, geh weg! Wie komm ich denn da rüber? Don't, zurück! Okay. Oh. So. Und jetzt... Wie soll ich denn da vorbeikommen? Ich kann noch... Ich kann noch nicht... Obwohl, warte, so wahrscheinlich. Nein, auch nicht. Ich hab doch hier auch noch keine Sprungschanze. Ich kann noch nicht aus dem Stand fliegen. Ah, denk mich doch. Kannst du mich mal... Ich geh jetzt hier... Ah, au! Blödes Lappen. Jetpack. Impossible. Ja, sowas hatten wir doch heute auch noch nicht. Obwohl, da hätte ich wahrscheinlich den Pogo... Oh, snap. Okay, das ist machbar. Ich werde jetzt aber trotzdem nochmal den Typen auf dem Segway nehmen. Ich denke, für den ist das gebaut. Jawohl. So, komm schon. Oh yeah. Ja, die starten aber ziemlich langsam, die Dinger. Das sieht gerade alles ziemlich einfach aus. Ja, alles cool. Wow, da war eine Apune. Na, okay. Ha! What? Das war, glaube ich, der... Der leichteste Impossible ever, weil die sind ja nicht mal richtig hoch geflogen. Aber nur gut, wir wollen uns nicht beschweren. Kein Problem. Obstacle-Kurs. Guck mal doch mal, was da hier ist. My first lap... Oh, snap. Fahr, fahr. Stopp. Fahr. Perfekt. Harpunenhole. Das ist auch nicht so schwer. Okay. Glasbreak. Ja, voll. Das ist ja ein richtiger Lauf hier. Na. Da... Oh. Okay, zurück. Job. Perfekt. Well done. Tobascus, you rule. Na, na, na. Oh, oh. Nein, nein. Oh, die Dinger hasse ich immer. Nein, nein, nein. Stopp, stopp, stopp. Aber da vorne ist wenigstens kein... Da sind keine Spikes, die uns unfalls noch killen können. Okay, Pro. Jawohl. Komm schon. Oh, Moment. Na, nein, nein. Oh. Okay, alles kein Problem. PewDiePie. Nein, nein, nein. Wollen wir es noch mal probieren? Ja, probieren wir es noch einmal. Okay. Das ist ja nicht so... Oh, snap. Oh. Oh, das gibt uns richtig schöne Airtime. Vielleicht kommen wir da direkt ins Ziel. Oh, yeah. Victory. Es war ein total richtiger Victory. Ihr habt nichts gesehen. Oh, ja. Nichts gesehen. So, was machen wir denn mal hier zum Abschluss? Tower Jumping. Das hört sich interessant an. I jump, but you want to push me. Ach so, but I want you to push me. Okay, so und jetzt... Wow. Das war... Nicht meine Absicht. Tut mir leid. Egal. So. Wir leben noch. Was ziemlich überraschend ist. Und da unten muss man doch jetzt gleich... Okay. Das ist doch machbar. Das ist doch kein Problem. Wir hauen ihn da nochmal runter. So, und jetzt hier... Oh, nein. So, woran sind wir eigentlich das letzte Mal? Oh, oh, nein, nein, nein. Jawohl. Jawohl, jawohl. Ich dachte eben schon. Jetzt fall ich daneben. Das wäre nicht gut gewesen. Komm, ein Level ist noch drin. Das machen wir noch. Legion of Awesome. Kill your son. Nee. Wieso? Der leid... Muss auch sonst schon zu viel leiden. Können ja... Warte mal. Womit kann man ihn eigentlich irgendwie... Kann man ihn irgendwie... Oh, nee. Nein, ich fall schon auf den Kopf. Nein, nein, nein. Wieder aus. Ich denke... Okay, nochmal. So, jetzt fangen wir wieder ein bisschen runter. Und diesmal drücke ich lieber nichts. So. Ist der Fall... What? Nein, nein. Alles cool. Alles cool. Wir leben aber noch. Okay, alles. Alles bueno. Und... Nein, nein, nein. Oh, Victory. Wow. Okay, das war ein glücklicher Victory zum Schluss. Und ich wünsche euch allen noch einen angenehmen Tag. Und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein.